Boah, das fand ich auch so geil. Jetzt die Story von dem Song? Nee. Der, ähm, Peter Fox war ja zu der Zeit noch einfach nur Sänger von Seed. Ja. Und hat diese Stadtaffe-Platte gemacht, die man so kennt. Mit dem Orchester und den zwei Drums. Ja, ja, nochmal. Und Seed hat mit dem Sänger von Niles Barclay, CeeLo Green heißt der, einen Song gemacht. Ah, ich hab auch. Ja. Ja. Ich glaub, Aufstehen heißt der Song. Und, ähm, fand den halt so einen krassen Sänger, dass er für den eine Platte produziert hat. Und dann kam dieser Hit Crazy und er hatte keine Zeit mehr. Und dann hat sich Peter Fox entschieden, eine deutsche Platte über diese Beats zu schreiben. Also wenn dieser Song nicht passiert wäre, wäre Stadtaffe eine englische Platte geworden. Alter. Bin ich voll krank, oder? What the fuck? Dann wäre, was ist da so drauf? Ist da so Haus am See auch drauf oder so? Ja, ja. Alles neu, Haus am See. Alter. Diese Platte hätte es da nicht gegeben, einfach. Genau, die ist eigentlich für CeeLo Green. Digger, what the fuck. Das ist ernst krass. Bro, das war so ein... Weißt du, ich verbinde mit dem Song so das erste Mal so im Fernsehen Musik hören. Wie wir anmachen. Ich glaube, das ist auch so einer der Songs. Ähm, es gibt wenige Songs, die ich damit irgendwie so krass verbinde. Aber diesen Song und dieses Ah, ah, follow. Ja. Das, die beiden Songs verbinde ich so krass mit so... Ich bin so jeden Morgen vor der Schule, auf Überwasserverschwendung, bin ich baden gegangen. Ja. Und meine Mom wollte irgendwann so einen Fernseher haben. Dann haben wir so einen Larry 50 Euro Fernseher mit so einer DVB-T Antenne, die so richtig muck war. Über die Wanne war eine Gange. Haben wir so an die Wand gehangen, so auf billig. Und dann habe ich immer so Frühstücksfernsehen oder Viva geguckt. Und da lief dann immer so was, Digga. Ich verbinde das so krass mit meiner Kindheit einfach. Und da lief dann einfach. Und da lief dann. Und da lief dann.